Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich begrüße euch zurück hier im schönen St. Wallen mit einem Blick auf die Skyline unserer Stadt. Eine Sache gefällt mir nicht ganz so, nämlich dieser Regen, den wir hier gerade sehen. Der Regeneffekt ist ganz schön krass, muss ich zugeben. Das ist vielleicht eine Sache, die man sich merken sollte. Wenn einen das stört, sollte man nicht hier in so ein regenreiches Gebiet wie Finnland gehen, sondern sich eine andere Region der Erde aussuchen für den Start. Er hat eine andere Karte. Wie auch immer, ich möchte über eine Sache ein bisschen sprechen, die so ein bisschen die Gemüter bewegt, was City Skyline 2 betrifft. Denn es gibt jetzt viele Diskussionen und Berichte, was ist hier los? Ah, wir kriegen Punkte, darüber, dass die Performance dieses Spiels teilweise sehr, sehr, sehr schlecht sein soll. Und ich will das auf keinen Fall bestreiten. Allerdings kann ich nur berichten, was ich selber erlebt habe. Und ja, das war in meinen wenigen Stunden, die ich schon mit dem Spiel verbracht habe, eigentlich kaum ein Problem. Wir hatten in der letzten Folge so ein paar Probleme gesehen. Allerdings sind diese jetzt tatsächlich bereinigt worden durch, also habe ich zumindest das Gefühl, dass es deutlich besser geworden ist, durch einen großen Patch, der jetzt nochmal in dieser Preview-Version gekommen ist für die Content Creator. Das soll dann genau der Version entsprechen, die auch mit dem Release zur Verfügung stehen wird. Oh, jetzt haben wir schon ein erstes Spezial-Sondergebäude erhalten. Corundum Condos. Dazu kommen wir gleich, was es damit auf sich hat. Ein moderner Klassiker, der ein Lächeln auf die Gesichter seiner Bewohner zaubert. Okay, gucken wir uns gleich an. Ja, also dieser Patch scheint zumindest meine Probleme zu beheben. Und ja, ihr seht das jetzt. Ich habe die Details auf hoch. Ich habe mit Wolken, mit Nebel. Gut, wir sind jetzt noch keine große Stadt, aber es ist alles erst einmal super smooth, sanft, problemlos. Wir hatten ja ein Texturproblem das letzte Mal. Ab und an sieht man das noch, aber jetzt ist es alles sehr, sehr scharf. Also im Moment sieht es bei mir zumindest sehr, sehr gut aus. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich spiele, und das ist ein entscheidender Punkt, ich spiele das nur in Full HD. Bei allen anderen, bei denen ich gesehen habe, dass sie Probleme haben, die reden über 4K und 2K und sowas, in diesen Auflösungen spiele ich einfach nicht. Und das macht, glaube ich, einen entscheidenden Unterschied. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Mein System findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe eine 3070 Ti, ist jetzt auch nicht die schlechteste Grafikkarte, aber auch nicht absolut high-end. Tja, also unter diesen Konstellationen zumindest und bei dieser Stadtgröße macht es auf mich erst einmal einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Tut mir leid, manche waren da ein bisschen, wie soll ich sagen, ganz schön passiv-aggressiv in den Kommentaren, dass ich dazu gar nichts gesagt hätte. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das tatsächlich ein Thema groß ist, habe ich nicht mitbekommen, weil es bei mir keine große Rolle gespielt hat. So, jetzt aber weiter zurück zu unserer Stadt. Wir wollen uns natürlich kümmern um die Weiterentwicklung. Und ich hatte gesagt, dass ich jetzt endlich mal diese Punkte ausgeben möchte, um uns ein paar besondere Weiterentwicklungen zu leisten. Und ich finde, damit wir eine gute Entscheidungsgrundlage haben, können wir uns mal die verschiedenen Kartenmodi anschauen und können überhaupt mal schauen, wo sind vielleicht die Probleme in unserer Stadt. Gibt es sie überhaupt? Ist alles bestens? Gehen wir einfach mal durch. Gut, Straßen ist natürlich ein Thema. Da sieht man schon perspektivisch, wo es Probleme geben könnte. Aber da können wir, glaube ich, jetzt eh nicht so viel machen. Na gut, man könnte noch größere Kreisverkehr haben. Ja, Verkehr, Verkehrsfluss ist ein Thema. Es ist halt die Frage, inwieweit man da mit diesen Fähigkeiten was verändern kann. Im Moment habe ich tatsächlich nicht das Gefühl, dass es so ein riesiges Problem ist. Aber es wird mir hier zumindest angezeigt, dass der Verkehrsfluss hier relativ hoch ist. Wir sehen übrigens auch auf die Uhrzeit verteilt, wie das damit aussieht. So, Strom. Wie sieht es aus? Strom. Wir verbrauchen 8,8. Produzieren 22. Das ist alles noch sehr, sehr gut. Da brauchen wir, glaube ich, nichts verändern. Wasser, Abwasser. Wir verbrauchen 32.000, haben eine Leistung von 69.000. Ja, das ist schon, naja, also okay. Da kommen wir langsam ans Limit. Wir Abwasser 32.000, Verarbeitung 100.000. Da ist noch ein bisschen hin. Das ist also auch in Ordnung. Gesundheitsfürsorge sehen wir. Kapazität ist gut. Durchschnittliche Gesundheit 60%. Weiß nicht, was dieser Wert mir sagen will. Vier Patienten sieht alles auch jetzt wirklich, wirklich dramatisch aus. Interessant ist hier Krematoriumsverfügbarkeit. 29 Todesfälle im Monat. Wir haben noch kein Krematorium. Ich glaube, das werden wir uns mal gönnen. Wir sehen übrigens hier, wenn man den Kartenmodus aufmacht, sieht man übrigens, wo die, zum Beispiel jetzt die entsprechenden Fahrzeuge sind. Und wir sehen hier den Leichenwagen. Kommt, Leute, dem folgen wir jetzt mal. Machen wir eine kleine Mitfahrt mit dem Leichenwagen. Das sieht aber auch schick aus. So möchte man doch gerne zuletzt in Ruhestätte gefahren werden. Aber okay, die Mitfahrt war jetzt nicht wirklich spektakulär, denn wir sind schon da am Friedhof. Er hat seinen Job schon erledigt. Wir können mal gucken, wie er das jetzt löst. Okay, da wird einfach angehalten und dann ist es das. Na gut. Also Krematorium, denke ich, kann man sich vielleicht mal anschauen. Wir gucken weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Gesundheit. Abfallwirtschaft. Auch ein interessantes Thema. Hier kann ich mir nicht richtig erklären. Also Müll-Depanier-Verfügbarkeit ist kein Problem. Wir sehen auch an der Müllanhäufung, an der Gebäudefarbe, dass es nirgendwo eine Müllanhäufung gibt. Dennoch wird mir hier mit Rot signalisiert Müllverarbeitungsstatus. Ach, könnte es sein, dass es, wenn es um so Recycling geht oder so? Ne, Verarbeitung 0,5 Tonnen. Und wir verarbeiten ihn ja 0,5 Tonnen im Monat und wir produzieren 5,2 Tonnen im Monat. Das kann ja nicht sein. Es sieht hier überhaupt nicht so aus, als hätten wir ein Verarbeitungsproblem. Also da kann ich die Statistik nicht verstehen. Hier sehen wir tatsächlich Verarbeitungsgeschwindigkeit 0,5 Tonnen. Aber es sieht doch so aus, als ob er absolut klarkommt damit. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber Recycling könnte ein interessantes Thema werden. Das gucken wir uns an. So, Feuerwehr und Rettungsdienst haben wir gerade gebaut. Durchschnittliche Brandgefahr 30%. Spannend. Die Abdeckung ist hervorragend. Das heißt, an den Fahrzeugen liegt es nicht. Es gibt auch Waldbrände. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Das kann man dann vielleicht aber nicht verhindern. Nur früh erkennen. Es gibt nämlich so eine Waldbranderkennungstürme. Aber ansonsten sehe ich jetzt auch nicht, wie wir hier was verbessern können. Im Moment. Wir sind, glaube ich, noch zu klein, um hier große Optimierungen anzustellen. So, Sicherheit scheint absolut kein Problem zu sein. Kein Thema. Verwaltung ist noch ein schönes Thema. Es gibt nämlich Sozialämter. Ich glaube, da können wir vielleicht was machen. Das gefällt mir. Bildung. Wir haben unsere Schulen. Gute Kapazität. Das reicht erst mal. Wir können überlegen, ob wir vielleicht direkt ein College noch nachlegen. Wäre auch eine gute Investition. Tourismus gibt es noch nicht. Fernverbindungen spielen auch noch keine Rolle. Das sind die Zonen. Hier sehen wir kurz mal die Gebäudestufen. Sehr schön auch verteilt. Aufgeschlüsselt. Wir sehen im Übrigen, es gibt schon 10% der Wohngebäude haben schon Stufe 3 erreicht. Cool. Und wo sind denn Stufe 3 Gebäude? Wie sehen die aus? Je heller, umso höher die Stufe, glaube ich. Sind das denn hier Stufe 3 Gebäude? Oh, tatsächlich. Das sind Stufe 3 Gebäude. Die sind alle... Ah, schaut mal. Sind doch anders, ne? Das ist ein Stufe 3 Gebäude. Das ist ein Stufe 2 Gebäude. Ja. Ah, der Pool, der macht dann den entscheidenden Unterschied. Okay. Ja, cool. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Was haben wir hier noch? Der Landwert wird gemessen. Es ist auch schön, sich das einmal alles mal ein bisschen anzugucken. Die Unternehmensrentabilität, das ist auch ganz interessant. Unsere Gewerbe, also die Handelsfirmen und so weiter, die machen einen ziemlich guten Gewinn. 67 Prozent, die Industrie nicht so. Ich vermute, weil wir hier keine eigenen Rohstoffe produzieren. Darüber hatte ich ja das letzte Mal gesprochen. Büros haben wir noch nicht. So, natürliche Ressourcen spielen jetzt keine Rolle. Bevölkerungsverteilung. Hier sehen wir, wo jung und alt lebt. Bürgeralter je grüner, umso jünger. Und Bevölkerungsdichte wird dann hier angezeigt in der Fläche. Zufriedenheit. Hier leben die Unzufriedenen in den Blöcken. Naja, was heißt unzufrieden? Geht alles noch, ne? Insgesamt sehr ganz gut. Bürgervermögen. Hier kann man sich anschauen, wo die Reichen und Armen wohnen. Hier, das scheint der reichste Typ überhaupt zu sein. Wisst ihr was? Wir werden mal Folgendes machen. Oh, die sind sogar glücklich. Familie Hausmeister. Wir werden uns mal Philipp oder Marion Hausmeister aussuchen. Und den hier, die verfolgen wir mal ein bisschen. Das sind die reichsten. So, der ist irgendwo angestellt. Bei Pelikan Beautiful. Wir können nämlich Bürger im Blick behalten und die über diesen Bildschirm immer wieder aufsuchen. Das ist ein sehr, sehr schönes Feature. Wo wir bei Reichtum waren, wollen wir doch jetzt mal ganz Armen uns raussuchen. Wo leben die ganz armen Schlucker? Okay, hier sieht das ja auch ziemlich übel aus. Ja, neutral. Battle Arm. Okay. Christa Roth und David Roth. Jasmin und Leo sind die Kinder wahrscheinlich. Ja, die ziehen gerade ein. Sie ist arbeitslos. Ist das vielleicht der Grund, warum sie so arm ist? Wow. Was für eine Erkenntnis. Ja, wahrscheinlich würde sie nicht so arm bleiben. Ach, kommt. Wollen wir einen Arbeitslosen? Ich würde gerne einen armen Arbeiter haben. Das finde ich noch interessanter. Wie sieht es hier aus? Hier leben so viele. Wohlhabend. Wollen wir nicht. Bescheiden. Ja. Arm. Ilse Hanek. Die ist in Rente. Eine arme Rentnerin. Okay. Gucken wir mal uns die später nochmal an. Und Leute, die Arbeitslosen nehmen wir auch mit. Das war jetzt ja irgendwie auch ein bisschen gemein von mir. Also, Christa Roth, auch dir folgen wir. Wir werden ab und zu mal vorbeischauen, was mit euch los ist. Okay, was können wir uns auch gucken? Arbeitsplatz, Verfügbarkeit, da waren wir schon. Wir sehen, wir haben 109 offene Stellen. Wobei... Wobei... Okay. Das sind tatsächlich... Das ist die Summe der Stellen, die hier offen sind. Und offenbar ist das Problem hier gut ausgebildet. Ah ja, okay. Wir müssen also auch was für die Bildung tun. Luftverschmutzung sehen wir dann noch. Bodenverschmutzung, Lärm und Wasserverschmutzung. Aber das spielt jetzt keine Rolle. So, ich habe übrigens jetzt mal wieder Tag-Nacht angemacht, weil das Schöne ist, wenn man das anmacht, dass man dann unterschiedliche Lichtstimmungen hat. Finde ich eigentlich ganz nett. Wenn die Nacht nervt, können wir sie ja immer noch ausschalten. Aber ich lasse es jetzt erstmal an. Jetzt vergeben wir die Punkte. So, was möchte ich haben? Ich möchte ein Sozialamt haben. Für unsere eine Arbeitslose. Wie gemein von mir. Warum bin ich so? So, dann eine Wasseraufbereitungsan... Nee, will ich nicht. Das will ich haben. Ein Recyclingzentrum. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man früh damit anfängt. Schalten wir das mal frei. Jetzt haben wir noch drei Punkte. Schutzraum gegen Naturkatastrophe, finde ich übertrieben. Den Feuerwachturm, weiß ich nicht. College, denke ich, ist ganz gut. Wenn wir da früh für eine gute Bildung sorgen. Das Krematorium wollte ich kaufen. Ja, jetzt haben wir ja echt viele coole Sachen. Und den anderen Punkt, den bewahren wir uns, glaube ich, nochmal auf. So, dann werden wir uns damit auch ein bisschen befassen. Womit fangen wir an? Erstmal mit diesem Spezialgebäude, was wir freigeschaltet haben. Das ist ein System, das gab es schon in Teil 1. Es ist ein bisschen ausgefeilter jetzt. Und zwar gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt Wohnspezialgebäude, gemischte Wohnspezialgebäude, Gewerbespezialgebäude und so weiter. Richtig coole Sachen. Und dazu muss man immer bestimmte Dinge erreichen. Erstmal natürlich ein Meilstein, aber man muss zum Beispiel für das Haus der Milchprodukte muss man 10 Landwirtschafts-Gebietszentralgebäude haben. Wir haben ja eins gebaut. Kann man sich daran orientieren, wenn man irgendwas besonders haben will. Man kann aber auch einfach vor sich hinspielen und irgendwann kommt es dann vielleicht. So, das ist scheinbar einfach ein Wohngebäude. Und ja, das sieht doch irgendwie ganz beeindruckend aus. Macht einen schönen Umkreiseffekt. Vier Wohlbefinden im Umkreis von einem Kilometer. Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Man könnte es hier platzieren. Ich habe da noch keinen so ganz großen Plan, was da geschehen soll. Wir könnten aber auch irgendwas wegballern. Zum Beispiel hier. Und das dahin platzieren finde ich fast noch besser. Weil es so schön mittendrin ist. Wir machen das einfach mal. So, da können wir dann später vorne noch irgendwie einen Park oder so hinbauen. Okay, das gönnen wir uns mal. Das hat jetzt einen großen Schub gegeben. Naja, tatsächlich. Was sehe ich da? 180 Haushalte. 180 Haushalte. Oh mein Gott. Das ist ja Wahnsinn. In so einem Ding. Wie viele sind da drin? 45. Okay, krass. Das nimmt ja ganz viel Bevölkerung auf. Okay, wir werden auf Ewigkeit jetzt erstmal keine Nachfrage nach verdichteten Wohnraum haben. Durch dieses Gebäude. Bemerkenswert. So, dann nächstes Thema. Krematorium. Wie funktioniert das? Können wir das hier ergänzen? Ne, das scheint ein eigenes Gebäude zu sein. Krematorium. Oh, das ist nochmal ein ganz großes Gebäude. Ich finde es aber schon angemessen, wenn das Krematorium in der Nähe des Friedhofs ist. Kriegen wir das hier auf die Seite gepackt. Im Übrigen, dieses Gebäude hat hier vorne noch so einen schönen... Ah, wir müssen uns das erstmal hier angucken. Hat noch so einen schönen Brunnen da vorne. Haben wir das hier gut platziert? Ah, jetzt wird es Nacht. Ja, warum nicht? Mit einem schönen Blick. Ich meinte, man kann sagen zu dem Friedhof, was man will. Aber es ist schon ein schöner Park, auf den man da schaut. So, jetzt wird es Nacht. Man merkt, die Texturen haben jetzt wieder so ein paar Probleme. Muss jetzt erstmal irgendwie geladen werden, habe ich das Gefühl. Aber wir lassen die Nacht mal ein bisschen laufen. Und ich komme zurück zum Plan, ein Krematorium zu bauen. Was ja auch echt wieder riesig ist. Kann man das noch drehen? Ach, das hat auch so ein Parkcharakter. Oh, das wäre aber irgendwie... Direkt neben das Haus da zu bauen, ist das auch sehr geschmacklos. Kommt, wir müssen die Gewerbebetriebe da hinten wegnehmen. Wir machen das so an der hinteren Ecke. In Richtung gesenkt, so in Richtung Friedhof, finde ich das ganz gut eigentlich. So, und mit diesem Gebäude haben wir jetzt schon den Meilenstein 4 freigeschaltet. Gibt uns eine Million, vier Punkte, oh Gott, und sechs Felder und aber bestimmt interessante Geschichten. Darlehenslimit erhöht sich. Bezirkserstellungswerkzeug. Ja, es ist nämlich so, dass wir jetzt noch einzelne Stadtbezirke erstellen können, für die dann unterschiedliche Rechte gelten. Produktionsfenster, das ist auch interessant. Da können wir uns angucken, wie unsere Industrie funktioniert. Bestimmungen, da können wir bestimmte Regeln festlegen in der Stadt. Naturkatastrophen können jetzt auftreten. Transportübersicht, billige Mietwohnungen, Büros mit geringer Dichte, Getreideanbau, Forstwirtschaft, Transport, Busdepot. Meine Güte, doppelte Fahrspur für den Öffentlich-Werkehr, einfache Fahrspur. Taxidepot, Parks und Erholung. Grandhotel, oh mein Gott, diese ganzen Spezialgebäude. Taxi-Mindestgebühr freigeschaltet. Jo, da haben wir jetzt wirklich viel zu tun. Aber ich würde sagen, wir lassen uns davon jetzt nicht erschlagen, sondern wir machen das alles in Ruhe. Erstmal die Dinge, die wir sowieso machen wollen. So, hier ist das Klematoren. Es ist einfach ein ergänzendes Angebot. Ich meinte, nicht jeder möchte so begraben werden, sondern manche möchten schon vielleicht auch verbrannt werden. Das ist allerdings hier ein bisschen fragwürdig. Der Zugang zum Hintereingang. Ja. Ich meinte, man könnte das vielleicht noch anders gestalten. Man könnte das Ding da hinten hinsetzen und dann hier so eine verbindende Parkanlage machen. Oh ja, wir haben ja kleine Parks freigeschaltet. Das könnte man vielleicht gleich mal nutzen. Kühltruhen-Erweiterung. Durch diese Erweiterung können mehr verstorbene Bürger vor der Einherrschung gelagert werden. Großartig. Mehr Platz für Leichenwagen. Erhöhte Geschwindigkeit mit der Überreste verbrannt werden. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir werden hier nochmal die Planierraupe ansetzen. Das soll abgerissen werden, ja. So, das finden die Leute doof. Das kann ich verstehen. Aber wir wollen es einfach nur ein bisschen besser machen. So, wir platzieren es hier hinten hin. Warte mal, haben wir jetzt doppelt Erfahrungspunkte abgestaubt? Oder sind die zurückgegangen? Weil sonst wäre das ja ein Mega-Cheat. So, hier gefällt mir das besser. Und jetzt stellt sich die Frage, kann man jetzt einen Park hier errichten, ohne dass es wieder komisch aussieht? So, hier haben wir die Parkanlagen. Und eine Sammlung von Warts. Was? Das Grand Hotel ist schon freigeschaltet. 1,6 Millionen. Und der Botanische Garten auch 1,6 Millionen. Die ganzen Sachen sind schon freigeschaltet von Anfang an. Kosten wahnsinnig viel Geld. Naja, das glaube ich jetzt noch nichts für uns. So, wie sehen denn diese Parks aus? Okay, den muss man an eine Straße anschließen. Aha, das sind unterschiedliche Größen. Ich finde es cool, wenn der auf der anderen Seite auch noch so eine Art Ausgang hat. Und es ist ein bisschen schade, dass man auch nicht richtig erkennt, wie der am Ende aussehen wird. Der ist zu groß. Das heißt, der größte, der jetzt für uns in Frage kommt, wäre der. Der hat aber hinten einen Zaun. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist so ein offener Park. Wie nennt sich das? Achso, das ist eine Feuerstelle. Das hat auch alles Namen. Hundepark, kleiner Spielplatz, kleiner Platz. Wir platzieren mal den kleinen Platz. Ich will mal einfach gucken, wie er aussieht. Ja, und der macht dann auch das Terrain so blöd. Okay, da gehen jetzt die Lichter an. Nee, gefällt mir nicht. Die Frage ist, was? Gewerbezonen. Das ist hier angemessen. Bürozonen ist jetzt auch möglich. Kleine Reihenhäuser. Billige Mietwohnungen. Nee. Wir machen das mal einzeln. Wir werden mal bis hier Reihenhäuser ermöglichen. Und da machen wir, wie gesagt, eine Parkanlage. So, okay. Wir hatten uns dann ein Recyclingzentrum gegönnt. Genau, wie wird das funktionieren? Sammelt und sortiert Müll zur Produktion wiederverwendbarer Materialien, die später weiterverkauft werden. Dies generiert Einkommen für die Stadt. Kann mit einem Müllwagendepot, einer Sondermüllsammelstelle und einem vergrößerten Lager aufgewertet werden. Ja, jetzt bin mir nicht ganz klar. Ist das quasi alternativ zur Mülldeponie? Oh mein Gott, das ist ja riesig. Oh Gott, und das gibt auch wahnsinnig viel EP und es kostet auch unglaublich viel. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, das ersetzt die Deponie, oder? Ist denkbar. Warte mal, wenn wir mal den Snap rausnehmen und gucken, können wir das irgendwie hier so zwischenschieben? Nee, ist nicht wirklich gut. Ja, ich meine, wenn das die ersetzt. Es steht da, wie viel verarbeitet werden kann. Verarbeitungskapazität 10 Tonnen im Monat. Und das ist 0,5 Tonnen im Monat. Das ist doch ulkig, oder? Ach so, warte mal, jetzt verstehe ich. Ich glaube, Verarbeitung heißt nur, dass mit der Zeit der Müll auch wieder weniger wird. Das heißt, er wird hier gelagert, vermute ich mal. Und mit der Zeit, keine Ahnung, weiß nicht, was sie damit machen, wird er weniger. Und das sind halt nur 0,5 Tonnen. Und natürlich kriegen wir mehr, als hier verarbeitet wird. Und insofern brauchen wir eigentlich perspektivisch auch ein Recyclingzentrum. Ich denke, so ist das. Dann lasst uns das jetzt bauen. Und das andere lassen wir bestehen. Vielleicht verkleinern wir einfach ein bisschen. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Wir verkleinern das jetzt hier ein bisschen. Können wir das hier so machen? Können wir da ziehen? Hier, ne? Entleeren. Hier, Flächenwerkzeug. Wir brauchen nämlich gar nicht so ein Riesengebiet. Dann. Das hat irgendwie nicht geklappt. Ziehe ich mal den Knoten dahin. Den dahin. Und den so, dass es gerade runter geht. Für die vorhandene Müllmenge müsste es auf jeden Fall noch problemlos reichen. Das sieht jetzt auch schon wieder komisch aus. Machen wir es mal so. Und dann passt das andere, glaube ich, deutlich besser hin. Ich bin noch mal überlegen, ob wir das hier so frei rein platzieren und dann eine Zufahrtsstraße machen, sodass wir da vorne noch was anderes machen können. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Wo muss die Straße ran? Da. Das ist die Frage, wo soll die eigentlich starten, die Straße. Ah, da, ne? Und da. Das finde ich irgendwie ganz cool, wenn es irgendwie so eine Art Anfangpunkt gäbe der Straße. Damit man weiß, okay, von da muss man sie ziehen. Da zum Beispiel, das geht zu weit. Da passt mal auf, ich mache das anders. Wir ziehen die da hin, soweit es geht. Und dann machen wir eine Straße da hin. Und eine da hin. So. Es ist immer noch mitten in der Nacht. Die Nacht geht sehr, sehr, sehr lange. Insofern, liebe Leute, ich denke, ich werde mal die Nacht wieder ausschalten. Die ganze Zeit jetzt hier in der Nacht zu spielen, ist ein bisschen zu hardcore. Okay, also wir haben jetzt eine Recyclinganlage. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt verteilen wird. Müll da und da. Ob die irgendwie kooperieren miteinander. Wir werden sehen. Was haben wir uns dann noch kürzlich geleistet? Ich muss mal einfach noch mal hier reingucken. Was hatten wir uns gegönnt? Das Krematorium, das Krematorium, das Recyclingzentrum, ja, das College, genau. Und das Sozialamt, das Sozialamt, das Sozialamt, das Sozialamt, das Sozialamt, hilft dem Bedürftigen durch Steigerung des Wohlbefindens in der Nachbarschaft. Kostet natürlich auch Unterhalt, aber das werden wir mal etablieren. Wo kommt das Sozialamt hin? Wir haben ja so eine Art schon so ein bisschen so ein Bereich, wo diese öffentlichen Gebäude sind, Schule. Vielleicht werden wir das hier ergänzen so ein bisschen. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Wenn wir einfach hier die Straße ein bisschen weiter ziehen und da das Sozialamt platzieren. Na, mal sehen. Ich würde gerne noch eine Straße da durchziehen noch, um das hier noch zu verknöpfen. Genau, von hier ausgehend machen wir das Sozialamt dann dahinter. Halt. Ja, ich denke mal, bis hier gehen wir gerade. Und dann gehen wir so da ran. Das gefällt mir gut. Und wo haben wir es? Polizei und Verwaltung, Sozialamt. Ja, das kann auch ruhig dann so stehen. In diese Richtung. Oder lieber in die Richtung. Nee, positionieren wir es mal in die Richtung. So. Okay, und auch das Gebäude schauen wir uns mal genau an. Ich sehe tatsächlich auch noch gar keine Gründe, irgendwie großartig Parkplätze zu bauen. Weil im Moment haben fast alle Gebäude, die wir hier so bauen, immer wirklich ausreichend eigene Parkflächen. Meine Güte, was für ein bonfortionöses Sozialamt. Krass. Das ist ganz schön hier, so eine leichte Steigung. Das kann man auch gerade so nachvollziehen. Die Bank ist natürlich da ein bisschen schief. Aber okay. Zwischenzeitlich mal ein Blick hier auf die Nachfrage unserer Wohnungen. Es gibt eine hohe Nachfrage nach Wohnungen mit hoher Dichte. Das ist etwas, was wir jetzt noch gar nicht haben. Und das finde ich gut, dass es diese Nachfrage gibt. Die Frage ist, welche Nachbarschaft werden wir umbauen? Ich könnte mir vorstellen, diese, schaut mal, ist auch schon wieder einer dabei, der jammert wegen der zu hohen Miete. Gucken wir uns mal an, wie das denn aussieht. Billige Mietwohnung. Das ist auch so hier so ein bisschen im Gewerbe- und Industriegebiet. Passt vielleicht ganz gut. So, die müssen erst mal ausziehen. Und dann sehen wir uns das mal an. Könnte man im Zweifel so in diese Richtung noch ergänzen. Hier, dem ist die Miete auch schon zu hoch. Naja, wir sorgen ja jetzt erst mal dafür. Und von wegen, dass irgendwie dieses Ding hier erst mal für lange Zeit reicht, dem ist nicht so. Das ist schon komplett voll Wahnsinn. Wir haben auch schon über 2000 Leute. Ja, und ich fürchte, es wird langsam Zeit, dass wir auch wieder für mehr Arbeitsplätze sorgen müssen, oder? Wie ist denn die Situation hier? Die Arbeitsplatzverfügbarkeit. Och, geht eigentlich. 115 offene Stellen. Ja, na gut, wir sorgen ja definitiv hier für Wohnraum. Wir können uns mal überlegen, wir haben jetzt diese neue Bürozone. Kleine Bürogebäude, wo die vielleicht ganz gut hinkommen, hinpassen. Später gibt es auch noch so Wohnraumzonen, das finde ich sehr gut, die oben Wohnen haben und unten Büros. Das ist ja eigentlich, oder unten Geschäfte, das ist ja eigentlich der Standard für Städte. Das gefällt mir gut. Ich würde mal sagen, wir nutzen diesen Bereich hier vielleicht für kleine Bürogebäude. Hier, das will ich mir immer noch so ein bisschen offen halten. Ja. Schauen wir uns das mal an, wie das aussehen wird. Und Industriegebiete sind scheinbar auch immer weiter gefragt. Ja, dann solltet ihr die kriegen, eure Industriegebiete. Ich würde mal so... Oh mein Gott! Oh nein! Okay. Okay, wir haben schon hier eine nervige Naturkatastrophe. Ich frage mich allerdings, warum der Staub, der da aufgewirbelt ist, warum da Staub aufgewirbelt ist, wenn es über dem Meer sich bewegt. Und diese arme Tanker hier, das Containerschiff, wollte ich gerade sagen, Tanker. Das ist auch ein bisschen übertrieben gestapelt, oder? Das wäre mal schön zu sehen, was passiert, wenn der in einen Würbelsturm gerät. Aber ich fürchte, da passiert gar nichts. Oha, der hat ja auch noch so ein Megaschappen. Und man kann... Uh, jetzt wird es interessant. Heißt das nicht, dass man in der Mitte eines Sturms, dass es da immer total leise ist? Das kann ich nicht bestätigen. Aber cool sind die... Aber cool sind die Bretter, die damit fliegen. Finde ich gut. So, okay, das führt aber dazu, dass wir uns wohl doch irgendwie ein bisschen vorbereiten müssen. Dass vielleicht so etwas passieren kann. Gucken wir uns das kurz mal an. Da gab es doch... Ach nee, stopp mal, das konnten wir freischalten. Genau, das habe ich noch nicht gemacht. Kleine Schutzräume. Später gibt es große Notunterkünfte. Notunterkünfte bieten Bürgern einen sicheren Ort während großräumigen Unfällen oder Naturkatastrophen. Schalten wir das mal frei. Wir könnten auch die Großen freischalten, aber... Ach Leute. Das ist doch auch ein bisschen übertrieben. Katastrophenschutz. Kleine Notunterkünfte. Schutzraumkapazität 1000. Was? Das kostet 815.000 im Monat Unterhalt? Nee. Das geht ja gar nicht. 815.000? Das sind hier die monatlichen Ausgaben. Das ist ja unfassbar. Übrigens, unser Defizit ist auch unfassbar. Aber ich sagte ja, das ist im Moment noch kein Problem. Wir kriegen ja gleich den nächsten Meilenstein, kriegen wir auch erstmal wieder Geld. Man kann sich am Anfang hier sehr, sehr stark austoben. Wie sehen denn diese billigen Mietwohnungen aus? Oh, das sind ja so richtig Plattenbauwohnungen. Das gefällt mir. Großartig. Da kommen gleich ein paar neue. Okay, den Bedarf haben wir auch komplett gedeckt, wie es aussieht. Ja, sehr cool. So, warte mal. Es gibt auch neue Industrie-Spezialisierungen. Jetzt sind wir in der Phase, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll mit den Dingen. Aber ich würde sagen, wir bauen erstmal College. Erstmal immer weiter Geld. Oh nee, warte mal. 750.000? Ich glaube, die Recyclinganlage, die war ein bisschen zu viel des Guten. Nee, können wir uns, glaube ich, jetzt nicht leisten. Wir müssen doch jetzt irgendwann mal anfangen, ein bisschen seriös zu wirtschaften. Bus ist auch noch ein großes Thema. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht mal in der nächsten Folge. Wir starten lieber mal mit einem Taxidepot. Warum müssen wir Unterhaltskosten für Taxidepot zahlen? Was ist denn das für ein Quatsch? So, Taxidepot. Ich würde sagen, das muss jetzt gar nicht so sehr im innenstädtischen Bereich sein. Vielleicht packen wir es mal hier an die Ecke. Lärm ist natürlich gering. Aber wisst ihr was? Ich packe es mal hier hin. Okay, und dann brauchen wir einen Taxistand. Ah, okay. Das heißt, in einer ersten Phase ist das, glaube ich, so, dass die Leute nur an Taxiständen einsteigen können, wenn ich es richtig verstanden habe. Und den gibt es auch überdacht. Der ist ein bisschen teurer. Aber da wir in Finnland sind, sollten wir das überdacht nehmen. Und den können wir jetzt irgendwie erstmal wild verteilen, würde ich sagen. Ja. Ich denke, es ist... Ne, man braucht, glaube ich, Taxistände, würde ich sagen, braucht man nicht. Braucht man nicht jetzt an beiden Straßenseiten zu platzieren. Hier kommen ja bald die Mietwohnungen. Hier machen wir noch einen Taxistand. Ja, und für später mal irgendwo da. So, wie sieht so ein Taxistand aus? Ah, warte mal. Wird die Straße da irgendwie... Oh mein Gott, die Straße wird... Da gibt es eine richtige Taxispur. Wie cool. Tatsächlich, das hat Einfluss auf die Straße. Sehr gut. Schaut mal. Wir laden die Textur wieder zu spät. Ah, okay. Problem sind doch da. Ich habe das Gefühl, je länger man spielt, umso größer sind die Probleme. Dann hilft dann immer irgendwie ein Neuladen dann wieder. Was ist hier eigentlich noch? Alte Friedhofsruinen. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Das müssen alte Finne schon... Alte Finnen sein. So, wir haben mal ein Taxi. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge mit einer schönen Mitfahrt. Gucken mal, ob jetzt das wirklich so ist, dass die an den Taxiständen jetzt nur einsteigen können. Ja, ich... Ah, die warten an den Taxiständen. Ah, wie cool. Das finde ich... Das finde ich schön. Schönes System. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man später noch erweitern. Und freischalten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo. Oder vielleicht wird das automatisch freigeschaltet ab einer bestimmten Stufe. Dass man irgendwie überall in der Stadt dann einsteigen kann. Nun ja. Liebe Leute. Ja, es sieht ganz so aus, als hätten wir jetzt eine Spielphase erreicht, wo wir sehr viel anzupassen haben und auch nicht mehr alles sofort machen können, was möglich ist. Sondern immer ein bisschen aufs Geld gucken müssen. Wobei im Moment verdienen wir einfach noch nichts. Insofern sind die Meilensteine für uns wichtig, mit denen wir auch Geld verdienen. Also mit denen, von denen wir Geld bekommen. Na gut. So. Aber Stadt ist gewachsen. Sieht schon ordentlich nach Stadt aus. Ich freue mich auf den Fortgang der Dinge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall. Ich freue mich auf den Ort.